Auf die Pauke hauen die Musiker hier heute nicht, aber noch mal in die Seiten. Bei mir ist Eleonore Hefner. Sie veranstaltet diese Konzertreihe und wie ist die Stimmung hier? Ja toll, wir sind alle froh, dass wir noch letzte Sommertage mit Musik im Garten hier genießen können. Und wie laufen die Veranstaltungen ab? Die Balkonkonzerte wurden ja in der ersten Pandemie so, also im ersten Lockdown der Pandemie entwickelt als Notprogramm, also auf einmal für Kunst und Kultur alles auf Ausstand und Musiker überhaupt keine Möglichkeiten hatten mehr irgendeine Gage zu verdienen. Und da haben wir eben dieses Konzept der Balkonkonzerte, also sprich mit Abstand Kultur genießen und daheim bleiben eigentlich auf dem Balkon und dann eben solche Plätze wie diesen hier suchen, wo dann möglichst viele zuhören können. Und wie ist die Resonanz? Wie kommt das an? Ja, also man merkt, dass viele Leute sehr hungrig sind auf Kultur. Die Musiker sind natürlich auch hungrig auf Publikum und umgekehrt. Und insgesamt ist einfach ja eine große Erleichterung in dieser schwierigen Zeit, sowas erleben zu können. Und das ist ja jetzt die letzte Veranstaltung dieses Jahr. Wie geht es danach weiter? Wir hatten eigentlich letztes Jahr das als Notprogramm konzipiert, das dieses Jahr dann weiter gemacht, weil wir einfach toll fanden, unsere Stadt, also Ludwigshafen so zu entdecken und haben dann auch dieses Jahr neu dann Musiker aus Heidelberg eingeladen und unsere Musiker nach Heidelberg geschickt, eine Kooperation mit dem Karlstor Bahnhof dort und konnten auch, das Ganze ist ja durch Spenden hauptsächlich finanziert, der Rotary Globe hier hat uns unterstützt. Die Stadt gibt auch ein bisschen etwas dazu, ist ja eine arme Stadt. Aber viele Einzelspenden sorgen dafür, dass es geht, dass Musiker eben auch wirklich Geld verdienen können. Das ist schon nicht unwichtig. Und ja, dann denken wir, eigentlich wollen wir weitermachen, weil es so eine tolle Form ist und weil es auch wirklich vor allem auch eine Deckung von Musikern, Musikerinnen, aber auch der Stadt ist. Und wie sind Sie hier auf diese Location gekommen? Wie kommen wir hier gerade in diesen Garten? Na, hier wohnt eine sehr nette Frau, das ist Natische Orhan Daibel, die sitzt auch hier. Und ja, man hat, man fragt eben so rum, ne, wer kennt noch jemand und so. Und wir kannten uns schon und sie ist auch Mitglied bei uns im Verein und eine tolle Gastgeberin. Und hier ist es dann immer auch, gibt es ein nettes Buffet noch, das gibt es auch nicht überall. Und ja, nette Leute kommen zusammen. Und ich meine, das fehlt uns ja allen neben der Kultur auch massiv, ne, dass wir uns treffen können. Dann würde ich sagen, geben wir doch die Bühne frei und euch noch eine schöne Sendung. Komm, komm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017